Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 17. Juli. Ja, in Vertretung für den Martin bin ich heute dabei und wir haben als Themen Paypal, Google Maps, Spotify, Netflix und Instagram. Beginnen tun wir mit Paypal bzw. Zoom. Zoom ist ein neuer Dienst von Paypal, mit dem man ganz einfach Geld in andere Länder überweisen kann, ohne die schwierigen und teuren Gebühren von normalen Banken und auch direkt zum Beispiel eine Rechnung begleichen kann oder Handy-Guthaben damit auflädt. Das Ganze geht mit bis zu 10.000 Euro pro Transaktion, gibt halt verschiedene Faktoren, die beachtet werden müssen und wer ein Paypal-Konto hat, der kann direkt loslegen, weil Zoom mit den Paypal-Kontodaten arbeitet. Ja, die App ist für Android und iOS verfügbar, logischerweise auch als Webseite und wenn man halt eben viel Geld ins Ausland transferieren muss, ist das vielleicht eine neue Möglichkeit, um dies kostengünstig zu tun. Also, wenn dem so ist, dass ihr sowas braucht, dann guckt euch da mal Zoom an. Google Maps, die hatten ja bereits im letzten Jahr in New York integriert, dass man in Google Maps sehen kann, bei den Fahrrad-Sharing-Anbietern, wie viele Fahrräder in der jeweiligen Dockingstation sind. Also, Mietfahrräder, die haben ja im Regelfall immer so Abgabestellen, wo die eingedockt sind und die kann man sich eh schon anzeigen lassen, aber man weiß, außer man benutzt die App des jeweiligen Anbieters gar nicht, wie viele Fahrräder dort verfügbar sind. Und das hat Google Maps dementsprechend integriert gehabt in New York und jetzt wurde es ausgerollt in 24 Städten in 16 Ländern und in Deutschland haben wir dabei Hamburg und Berlin, in Österreich Wien und in der Schweiz Zürich. Und dann könnt ihr entsprechend gucken, ob Fahrräder an der nächsten Dockingstation verfügbar sind oder nicht und diese dann ausleihen. Spotify, die haben jetzt ihre iPad-App aktualisiert und unterstützen jetzt auch Split View und Slide Over. Das sind ja Funktionen auf dem iPad, wo man sich mehrere Apps gleichzeitig anzeigen lassen kann, entweder in einer verschiebbaren Leiste nebeneinander direkt oder so leicht drüber schwebend. Und ich war echt überrascht, dass Spotify das noch nicht drin hatte und dass das jetzt erst kommt. Andererseits habe ich Spotify eigentlich auch nicht großartig dafür benutzt oder mal ausprobiert, weil das lässt man laufen und dann ist man eh mit anderen Apps beschäftigt. Da brauche ich das gar nicht. Aber wenn es da ist, ist es auch schön und eigentlich sollten das alle modernen Apps, die für iPad entwickelt werden, eigentlich unterstützen, wie ich finde. Und für iPadOS sowieso. Netflix, die haben jetzt neue Zahlen bekannt gegeben für das zweite Quartal 2019 und es gibt das erste Mal einen Rückgang in den USA. Denn dort haben sie 130.000 Abonnenten verloren. Vorher sind sie halt ständig in den Abonnentenzahlen gewachsen und weltweit sind sie auch erneut gewachsen und zwar um 2,83 Millionen Abonnenten. Aber netto bleiben dann entsprechend nur 2,7 Millionen über, denn man muss ja die 130.000 aus Amerika abziehen. Ja, ob das jetzt schon die ersten Warnsignale sind in Richtung Zukunft, wo wir uns ja mit Disney und anderen noch diverse Streamingdienste ja vor, ja, breit stehen, die demnächst um die Ecke kommen. Und Netflix wird da auf jeden Fall unter Druck geraten. Und ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, gerade in den USA für Netflix. Instagram haben nicht in den USA, sondern in Kanada getestet und zwar, wir hatten hier im Daily auch darüber berichtet, dass man die Anzahl der Likes für einen Instagram-Post nicht mehr sieht. Man sieht zwar noch, ja, so und so deine Freunde haben das geliked, aber nur die Namen und nicht die Anzahl insgesamt. Und das scheint ganz gut angekommen zu sein, denn Instagram hat sich entschieden, den Test auszuweiten und diese Funktionen nun auch in Irland, Italien, Japan, Brasilien, Australien und Neuseeland einzuführen. Informationen, ob das dann später wirklich auch weltweit kommen soll, die sind noch nicht vorhanden. In Kanada haben teilweise Nutzer schon berichtet, dass sie jetzt doch wieder die Zahl angezeigt bekommen von den Likes eines Posts. Also von daher, es wird getestet und schauen wir mal, wo da die Reise hingeht und ob das Sinn macht oder auch nicht. Ja, und das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch einen tollen Donnerstag. Bleibt positiv und ich bin guter Dinge, dass der Martin morgen für euch wieder am Start ist und euch mit News versorgt. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.